Händappellen! Händappellen! Nicey! Oh Gott! Ich glaub ich hab meinen Helm nicht an. Wo oben? Weiß ich nicht! Alter! Hallöcher meine Äffchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minefaktion 2 mit Flo! Hi! Hi! Ich bin hier noch irgendwo eingebaut und äh... Und ich bin hier wahrscheinlich auf dem Luftschiff des Toten... Nein! Ich bin in dieser Welt! Ja, weil du am Bett warst. Wie in diesem... Ja stimmt! Du darfst hier drin nicht sterben! Stimmt! Oh Mist! Oh Mist! Oh Mist! Oh Mist! Stimmt! 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 Da war ja was! Ha! Ähm... Ähm... Ha! Ich hab hier glaub ich auch noch ne Stelle, wo die Welt fällt... Ja! Okay! Kannst du dich irgendwo einbuddeln? Ich hab nichts! Du hast nichts! Ich hab alles verloren! Ich hab nur noch mein Schwert! Gib mir deine Koordinaten durch! Ich bin bei ähm... Minus 10, minus 35! Minus 10... Minus 35! Okay in die Richtung! Ähm... Oh Gott! Ich hoffe ich hab genug für meinen Pool! Ich weiß es nicht, aber ist egal! Im Luftziegel zieht sich nicht so viel ab! Ich bin auf dem schnellsten Weg zu dir! Okay! Der verdammt ist ein Sack ist, ne? Ähm... Wurde ich auch mit dem Luftziegel nicht durch gerade! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Vor allem meine ganzen Sachen, selbst auch der Rucksack ist weg! Ja! Ja, der Rucksack war ja klar! Das wussten wir ja! Ach ja? Wussten wir das? Ja! Hat doch Toni und Rigo uns mehrmals gesagt! Stimmt! So! Okay! Hier muss ich irgendwo lang glaube ich! Wieso? 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 Gibt's Soulbound hier nicht? Ich versteh's nicht! Was passiert hier? Ähm... Was denn mit dem Rucksack oder was? Ahh... Das funktioniert nicht, weil das ja nicht richtig in deinem Inventar irgendwie ist! So was war das jetzt? Minus... Minus was? Minus 10, minus 30! Minus 10... Minus 10, minus 35! Was auch immer! Gott! Ich glaube das zerfällt hier überall! Auf jeden Fall ist hier überall Licht! Ich werd mal hier durch direkt! Da bist du! Ich seh dich! Hier unten steh ich! Ja! Ups! Okay! Die Frage ist jetzt folgende! Wie soll ich hier rauskommen? Ich geb dir erstmal ähm... Steine zum Einbauen! Ja! Okay! Und... Zu essen! Ein bisschen was! Ja, 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 ja! Ähm... Ich weiß nicht! Ups! Jetzt hab ich dir alles gedroppt, ne? Kann sein! Gib mir mal wieder sehr viel ab! Ähm... Entweder gehst du jetzt zurück... Und kommst mit zwei mit... Linkt Büchern zurück? Das geht doch nicht! Wie willst du die linken? Wo willst du die hin linken? Hä? Ja, du machst zwei Bücher und linkst die einfach nach da! Ich... Weiß nicht! Sind die... Die sind glaube ich nicht verbunden! Okay! Okay! Also hier! Du versuchst es jetzt! Damit nach Hause zu kommen! Kannst du das aufheben? Nein! Kannst du da raufklicken? Äh... Pass auf! Ja! Ich bin in diese Richtung gegangen! Ja! Ja! Ähm... Oben rüber! Dahinten! Übers Wasser! Genau da wo du jetzt bist! Ja! Ein bisschen mehr nach links! Nach links? In diese Richtung! Und da muss irgendwo eigentlich eine Sackgasse sein! Ich seh halt gar nichts dahinten! Ja, scheiße! Keine Ahnung! Bist du nen Berg hoch irgendwie? Ich bin so nen kleinen Berg hoch, ja! Ja! Scheiße! Ja hier sind die Vorarlberger! Das ist echt... Bist du noch links weiter lang? Ich bin dann da... Ja eigentlich von hier aus immer in diese Richtung wo ich jetzt stehe! Ja! Ja auf jeden Fall zurück! Bleib nicht hier! Bleib nicht hier! So nachher die spawnt das Buch und dann sind wir vollkommen aufgeschmissen! Okay ich geh zurück! Ja! Okay! Scheiße! Ich renne komplett falsch glaube ich aber... Ich hab keine Wahl! Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Wegen dem Unendlichkeitsbogen ist das halt super schade! Ja du musst jetzt zwei Linkbücher machen! Ich muss zwei Linkbücher machen! Richtig! Ich brauch Tintensäcke dafür! Oder eins reicht ja im Prinzip vielleicht! Vielleicht reicht auch gar nichts! Ich bin jetzt bei diesem... Genau bei diesem Dings wo die Welt zerfällt! Bei dem Dings wo die Welt zerfällt! Okay! Von dort aus... Dreh dich mal rum! Ja also ich stehe jetzt... Wenn wir von uns aus kommen würden! Da stehe ich jetzt so davor! Weißt du? Ja! Und jetzt in welche Richtung? Guck mal ein Stück nach rechts! Da müsste Wasser sein! Ja genau! Da bin ich drüber gegangen! Ja! Genau! Dann? Und dann ist da so eine kleine Höhle! Die sieht aus wie eine Sackgasse! So eine kleine Einbuchtung ist das! So ein bisschen links lang? Äh... Ne das ist keine Sackgasse! Also du gehst über das Wasser! Ja! Und dann... Wie soll ich das erklären? In welche Richtung gehst du denn über das Wasser? Warte! 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 Da sind XP! Ja ja ja! Ja ja ja! Ich hab's! Also hier liegt ein bisschen was! Ich weiß nicht was! Pfeile! Hab ich! Aber verdammt wo ist der Rest? Weiß ich nicht! Hier brennt es plötzlich! Es brennt? Ja das Skeletchis mit Feuer fallen! Okay! Aua! Ich hab aber echt nur ein bisschen gefunden! Ist das schon despawned? Das kann ja nicht die Spawn sein! Das ist ja nicht so lange her! Oder? Ich weiß es nicht! Ich hab aber... Ne! Ich hab nur meinen Bogen! Verdammt! Da war doch grad ein XP Kübelchen oder? Komm schon komm schon komm schon! Ich hab Magalitisierung! Eigentlich müsste ich das anziehen! Eigentlich! Fuck it! Scheiße scheiße scheiße! Sieht nicht gut aus! Ist da echt nichts weiter? Was hast du jetzt gefunden? Warte da ist noch ein XP! Ah das könnten natürlich... Stimmt! Hier! Hier sind sie! Ja 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 ja! Hier sind sie! Hier sind sie! Komm komm komm! Sammle auf! Sammle auf! Sammle alles auf! Sammle alles auf! Oh nein! Oh nein! Da ist auch noch eine Waffe von dir! Hier ist die Longsword habe ich! Nice! Deinen Rucksack habe ich! Nice! Hier ist auch noch dein Buch! Nice! Hier ist irgendwas! Komm sammle es! Oh Gott! Das ist schon despawned glaube ich! Oder ich habe es direkt aufgehoben! Ich weiß nicht ob ich den Bogen habe! Hier ist noch ein Hammer! Komm komm komm! Habe ich den Bogen! Habe ich den Bogen! Habe ich den Bogen! Habe ich den Bogen! Ich sehe ihn nicht! Hammer! Der Bogen ist in dem Gürtel drin! In dem Gürtel! In dem Gürtel! Den habe ich! Den habe ich! Gut! 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 Oh Gott, oh Gott, so ein Dings, ähm, so ein Looter. Okay, ich habe aber, glaube ich, das Wichtigste. Das ist alles wichtig. Angeblich soll der Looter immer das erste Clown, was man in der Hand hat. Okay. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich will das gar nicht ausprobieren. Nee. Wie viele Enderperlen habe ich? Ich habe drei. Wie viel brauchten wir? Vier wäre optimal, ne? Ja. Vier. Habe ich jetzt hier irgendwo noch... Wir haben kein Zeug mehr. Da ist noch ein Looter. Was für ein Zeug haben wir nicht? Kein Meteoritenzeug mehr. Ähm, okay. Soll ich mit drei Enderperlen zurückkommen? Meinst du, das reicht? Ich weiß es nicht, Mann. Soll ich lieber noch hierbleiben und riskieren, dass das Buch despawnt? Ja, ich habe Bücher gemacht noch. Zurück komme ich gemacht. Okay, okay, gut. Dann mache ich noch weiter ein bisschen. Habe aber auch nicht mehr viel Dingens. Viel Essen. Aber ich hoffe mal, dass ich noch einen finden kann. Come on, ey. Oh Gott, Alter, da sind zig Hexen. Aber zumindest habe ich den Bogen jetzt. Ach ja, der war ja am Gurtel, ne? Genau. Okay, hoffen wir einfach mal, dass das stimmt. Ja, müsste eigentlich. Ob das nicht droppt, irgendwie noch. Ich gehe mal da rüber. Okay. Ähm, wie sieht es jetzt aus? Ja. Womit? Wo sind die anderen Enderperts hin? Ich müsste deine haben. Ich hatte zwei und du hattest eine. Achso, ja, in der Ender-Tour sind ein paar von mir. Achso. Aber das Craft zusammencraften dauert ja nicht so lange. Hier haben wir Lohnstaub schon mal. Es sind aber nur zehn. Okay, notfalls musst du noch mal in die Hölle gehen. Ähm. Und sonst guck mal, ob du dir vielleicht mit Dings, äh, eine Eisenrüstung, eine Verzauberte, da schon rausnehmen kannst. Das reicht ja notfalls auch. Schutz, Schutz. Aber alles halb kaputt. Wasser, Affinität, Schuss sicher. Komm schon, ein fucking Enderman. Ihr Stiefel. Schutz, sicher, Schutz, sicher, Feuerschutz. Mann. I will long start. Komm schon. Hier ist nichts. Ich nehme einfach diese Eisenrüstung hier, klar. Ah, nee, da hinten ist schon wieder, glaube ich, Welserbrockalung. Welserbrockalung. Hi, du globalzombie. Ich hab jetzt hier aber auch keine, kein Lohnstopp, da muss ich jetzt echt noch mal in die Hölle gehen. Alter. Das ist natürlich, das wirft uns alles extrem zurück, ne? Joa, schon ein bisschen, ne? Aber gut, man kennt es von uns, glaube ich, nicht anders, dass mal irgendwas nach Plan läuft. Nee, Plan. Wir sind doch endlich Zombieherren. Warum sind denn hier nur Zombies? Weiß nicht. Ich hab keinen Bock auf Zombies. Wir sind Creeper. Mann. Ein fucking Enderman. Laufen ja nur Zombies und Skelette. Enderman. Too good to enderman. Enderman. We are all elite to enderman. Der muss da natürlich auch noch was droppen. Das hab ich immer noch nicht rausgefunden. Ich dachte erst, dass es vielleicht sein könnte, dass ich Classic Enderman getötet habe. Das ist doch noch was anderes als den normalen Enderman. Okay. Ich dachte, dass der vielleicht umgenannt wurde, dann so ein bisschen von dem Mod. Aber es ist nochmal was anderes. Aber es stimmt nicht. Es waren auch ganz am Anfang schon Enderman, die nichts gedroppt haben. Ja. Deswegen, I don't know. Was jetzt auch natürlich zwischen Classic Enderman und normalen Enderman? Ich hab keine Ahnung. Okay. I don't know. Auch gut. So, wenn ich zwei Brute hab, dann will ich zurück. Weil dann ist es mir, glaube ich, zu riskant, wenn ich nicht mehr raggen kann. Ja. Okay. Ich find hier aber grad echt nichts. Ich seh hier keine Blazes. Verdammt, verdammt. Alles grad scheiße. Meine Stimme versagt. Ich merke es. Oh, man. Oh, come on. Immer noch. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt ist alles raus. Ja, ey. Ich find echt nichts mehr. Ich glaub, ich mach mich langsam auf den Rückweg. Okay. Sofern ich den doch irgendwie habe. Tu es, Junge. Ich muss wieder Koordinaten. Weißt du noch, was es war? Minus? Minus 10, minus 35. Minus 35. Richtig. Ich muss hier auf jeden Fall. Ganz viele Enderman. Ganz viel. Aber auch unendlich viele andere Mops. Alter. Alter Schwede. Jetzt stirb du auch noch. Oh, alles explodiert. Alles explodiert. Alles explodiert. Endappellen. Endappellen. Explodiert. Nicey. Oh Gott. Ich glaub, ich hab meinen Helm nicht an. Warum? Weiß ich nicht. Alter. Luftsiegel. Luftsiegel. Komm. 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 Alter. Alter. Ja, gut. Ich hab sechs Enderperlen. Ich will nach Hause. Komm schon. Zieh deinen Helm wieder. Zieh deinen Helm wieder. Deswegen habe ich nichts angezogen. Oh mein Gott. Ich hab so Angst, dass ich jetzt sterben würde. Es ist einfach alles explodiert. Und überall war ein Monster um mich. Okay, das Luftsiegel. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Honey. Ich liebe dich. Was waren das jetzt? Minus 30. Ne? Äh, minus 35, ja. Ja. Muss ich nochmal raus und wieder rein in den Helm. Tschüss, Miles. So. Wieso? Keine Blazes? Okay. Wenn wir doch nicht den Blaze-Dings abbauen sollen. Wäre rückblickend jetzt ganz gut. Weißt du noch die zweite Koordinate? Das ist 10, minus 35. Okay. Ah, geht's hier kleiner, ja? Mann, hey. Minus 10, minus 35. Alles hier so in Stress gemacht. That's not good, Junge. Das ist doch der Hass. Nein, jetzt gibt mir so ein Scheiß-Creeper noch Langsamkeit. Nur nochmal zur Sicherheit. Minus 10, minus 35. Immer noch, ja. Keine Blazes hier. Nice. Sehr gut. Echt nicht einer. Ah, da ist die Plattform. Das ist das Buch, lucht auf. Was ist das für ein Netter? Komm. Komm. Ich kann nicht draufklicken. Wo drauf? Auf das Buch. Kannst du nicht draufklicken? Mit Rechtsklick oder wie? Nee, einfach draufklicken. Ja, ja. Ist ja Rechtsklick. Ja. Hä? Ich kann's schlagen. Hä? Was? Hä? Ich hab's irgendwie geschlagen und... Warte mal. Hä? Ich kann's schlagen und wenn ich dann Rechtsklick mach, dann bekommt das Schadenspunkte. Aber ich kann... Einfach mit Rechtsklick drauf, ne? Ja. Es geht nicht. Okay. Ich bin gefangen. Warte, ich komm. Halt durch. Ja, ja. Alles safe. Oh Mann, Alter. Das Buch hat noch 5 von 10 Leben. Hä? Oh, ich kann dem Buch Schaden... Schaden machen, wenn ich es schlage und dann Rechtsklick. Okay. Kann ich ihm einen Heiltrank an den Kopf werfen? Nee, geht nicht. Bringt nichts. Ich wüsste nicht, was es bringen sollte, wenn ein Buch einen Heiltrank... Ja, um es zu heilen. Der versucht, das Buch zu heilen. Oh nein, jetzt ist da gerade ein OP-Zombie geswarned in meiner Nähe. Aber alles gut. Ich bin schon auf dem Weg zu dir. Das ist schön. Ich hoffe, du hast ne Rüstung an, denn sie kommen jetzt auf mich zu. Ich hab ne Rüstung an, ja. Darunter ein 200er-Zombie mit Ender, Bullrock und Ninja. Achso komm ich jetzt nicht. Doch, doch, komm. Ich versuche ihn wegzulocken. Okay. Komm, komm, komm. Pass auf, pass auf. Einer kommt zu mir, einer kommt zu mir. Ja, ja, ja. Komm, komm. Ähm. Er kommt zu dir. Er kommt zu dir. Kommt er? Okay, wie machen wir das jetzt mit dem Buch? Ich weiß es nicht. Soll ich es dir hierher schmeißen einfach? Warte, ich kann dir auch den Rucksack geben sonst. Ich kann doch einfach das Buch hierher hinschmeißen. Ja, vielleicht klappt es dann, ja. Mach mal. Da. Ich kann nicht raufklicken. Warum nicht? Kannst du raufklicken? Äh. Ja. Okay, dann komm. Verdammt. Aua. Oh Gott. Ich gebe dir deinen Rucksack, okay? Ja. So, fände dir. Fände dir. Ja. Geh weg. Habe ich ihn rausgedroppt, den Rucksack? Weiß ich nicht. Nein, hast du nicht. Ja, wo ist der hin? Jetzt habe ich ihn an, oder was? Nee. Hä? Dein Rucksack ist weg. Da, nee, hier so. Ich kann ihn nicht droppen. Geht das nicht? Wieso nicht? Weiß ich nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit? Kann ich den Gürtel oder so droppen? Äh. Jetzt musst du irgendwie gehen, dass du mein Ding dropst. Hä? Wo ist der Gürtel jetzt? Habe ich den jetzt an? Hä? Ich kann die Sachen nicht droppen. Ich habe eine Mystic Wand übrigens. Alles gut bei dir? Ja. Ja. Wie komme ich denn jetzt an das Buch? Weiß ich nicht. Warum kann ich die denn nicht rechts klicken? Das weiß ich nicht. Hast du irgendwas in der Hand? Hast du irgendwas Besonderes? Irgendwas Spezielles? Nein, ich habe eine leere Hand. Das geht nicht. Ich kann die ganz normal rechts klicken. Warum ich nicht? Schon mal gesneakt dabei oder so? Ich weiß nicht. Was ist das denn jetzt hier für ein Mist? Sneaken? Nein. Ich kann das aber auch nicht anders irgendwie geben. Oder hast du Holz dabei oder so? Holz, Holz, nee. Kannst du irgendwie eine Werkbank, eine Truhe machen, nichts? Nee. Weil ich habe hier... Hä? 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 Was ist jetzt? Was denn? Ich weiß nicht. Hä? Du hast es doch gerade aufgenommen. Warum hast du es da geschmissen? Es packt bei mir alles rum. Ich hatte es gerade in der Hand, dann habe ich plötzlich einen Schatz gehabt. Reconnecte mal, reconnecte mal. Okay. Ist dein Inventar vielleicht voll? Ich habe absolut keine Ahnung, was abgeht. Ist dein Inventar voll? Ja, relativ jetzt gleich, ja. Jetzt ist es voll, ja. Schmeiß mal irgendwas hinloses weg. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ja, aber... Du hast deinen Helm in der Hand, okay. Ja. Ähm... Das hier, das hier. Jetzt? Nein. Das geht einfach nicht. Ja, jetzt habe ich es hier oben wieder, rechts in meinem Slot. Ja, und? Wenn ich das anmache, habe ich plötzlich Rüstung, Pfeile, Hammer und Schaufel an. Hä? Dann kann ich es hier hinziehen und droppe es und jetzt habe ich wieder irgendwas anderes in der Hand. Es packt komplett rum. Wir kommen hier nie wieder raus. Du schon? Ja, ja. Aber ich nicht. In den Betreibüchern gleich. Soll ich mal so ein Table holen von Toni? Warte mal. Mach das. Vielleicht kann man das in so ein Tüchchen reinlegen und dann kannst du es nehmen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt... Ich habe dauerhaft irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Dann baut man das ab, okay. Ich habe irgendwie scheinbar keine Rüstung an und dann irgendwie doch wieder... Ich habe hier gerade bei mir nur dreieinhalb Rüstungspunkte. Hä? Ja, ich weiß es nicht, was hier abgeht. Okay. Ähm... Jetzt kann ich das natürlich nicht mehr aufnehmen. Oder? Doch. Da. Jetzt. Oh mein Gott. Alter. Nie wieder. Nie wieder. Mann. Aber erstmal XP-Bärchens ernten. So. Oh Gott. Das ist deins. Hm. Das dürfte deins sein. Das ist deins. 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 Ich habe absolut keine Ahnung. Vielleicht musst du es echt erst in die Höhe treiben. Guck mal, das hier habe ich auch. Nimm das aber nicht weg. Ich weiß nicht, was das ist. Hast du gesehen? Teleporting-Jam. Okay. Das ist von dem Mystic Enderman. Ja. Muss er gedroppt haben. Ich habe Mutandes Gang. Achso, das ist von dir wahrscheinlich auch. Ja. Ähm... Das hier müsste noch deins sein. Das könnte dein Rucksack sein. Richtig. Das hier ist dein Flügelschwert. Ich habe einen Diamanten. Ist der von dir? Ja. Ja, ja. Hier. Hier. Ja. Junge Angel. Was will ich denn damit? Weiß ich doch nicht. Ich habe das dabei. Achso, hier die Flügel noch. Das war's, oder? Protection 8. Fehlt noch irgendwas? Sieht erstmal ganz gut aus, soweit. Der Fisch ist wahrscheinlich deiner, oder? Ja, ja, ja. Okay, dann nochmal. Alter. Okay, gut. Dann sind wir mit der Folge wahrscheinlich wieder am Ende. Weiß nicht. Ja. Ja, dann ne. Ja, habe ich mir fast gedacht. Gut. Dann, ähm, soll es das erstmal für diese Folge gewesen sein. War nicht unspannend irgendwie. Ein bisschen Panik. Bisschen Panik. Hier ist doch, Meteoritenhose ist doch hier zum Beispiel noch drin, ne? Ja, ne, ich habe ja jetzt Eisens, doch gut. Ja, nimm dir, ja, nimm dir sonst noch was für Meteoriten raus. So, ja, in dem Gürtel war der Bogen auch noch drin und alles. Ach, gut. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ähm, loggen wir uns erstmal aus. Machen beim nächsten Mal weiter. Sehr, sehr panisch das Ganze. Oh, alle diese Welten, ne? Die machen mich fertig. Ja, und hoffentlich. Was war das für ein wuggiger Scheiß? Ich habe keine Ahnung bei mir. Du wirst es ja sehen, Alter. Alles verbuggt. Plötzlich hatte ich Pfeile an und ich hatte Sachen in der Hand, die ich nicht hatte und Sachen sind verschwunden. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind irgendwie entkommen. Das mit dem Table war eine gute Idee von dir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Immerhin konnte einer raus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und tschüss. Ciao.